herzlich willkommen meine lieben zurück in seven days to die jawohl es ist hordetag und ich glaube wir kriegen so richtig lecker auf den sack es ist hordetag es ist nicht hordetag es ist heute nacht so werde jetzt mal kurz hier ein paar von den spiky setzen werden wir mal eben einmal hier die dings wegnehmen nimm bitte die fackel auf oder kann ich nichts mehr aufnehmen gut dann werden wir hier jetzt mal noch neue spikes drumrum bauen damit wir dadurch kommen dementsprechend ein bisschen weiter weg wegen den reparaturarbeiten und so ja nicht übereinander setzen wer verbaut sich hier rübe verbaut sich wie immer wir sollten eigentlich damit so weit 300 könnte dann doch ein bisschen schwierig werden und wie viele verballern wir jetzt hierfür hierfür verballern wir da passt es nicht hin weil die dings da steht das natürlich kack ist ich bin zu voll was machen wir denn mal eben aber das kann ich noch mal eben hier reinlegen guck mal hier kann doch noch das zum beispiel rein und das kann hier hin und dann kann nämlich das hier rein okay dann kann ich nämlich die anderen sachen noch mal eben kurz hier weg packen die fackeln zum beispiel gut dann machen wir hier auch noch eine dreier reihung sind jetzt zwei dazwischen aber da sollte ich eigentlich mit zur rande kommen zum ausbessern später vielleicht kann ich das auch von oben machen von der mauer aus müsste ich mal gucken der war zu nah dran dann gehen wir jetzt hier noch mal zurück das wird ja jetzt natürlich ein bisschen gesetze und gebaue aber ich bin hier schon mal froh denn ich hier nicht so ein riesengebiet zu umsetzen habe mit den spikes wie damals da bei dem in der stadt als ich da diesen riesen bunker oder was das auch immer war gefunden hatte das war ja noch wesentlich heftiger so dass kleine nest kann man sie ebenso lange da bleiben und ja jetzt ist hier natürlich das bike setzen angesagt ohne ende mal eben gucken wie viel ich nach dieser reihe dann noch habe 141 sprich ich muss dann gleich noch mal direkt welche machen nicht nur gleich das kann ich eigentlich direkt machen damit ich ganz rumkomme 20 nur dann krafte die mal eben bitte gehen wir hier noch mal einen rum ich musste die da unten eigentlich auch noch verbessern und so gucken dass ich da irgendwie dann auch noch mal rein kommen da liegt ein steinchen muss ich gleich tatsächlich echt noch mal holz abhacken ich hoffe ich habe genug zeit das noch zu setzen sollte aber eigentlich kein problem sein ich sehe da jetzt nicht so ein riesengroßes problem aber das ist jetzt horde 21 das heißt da kommen dann auch spucker und so weiter und als eine person hat man ja echt gut zu tun vor allen dingen wenn cementer dann auch noch regelmäßig vorbeikommt man sich um die schnodder nase da kümmern muss das ist natürlich nicht so schön kann ich den ich da hinsetzen dann kommst du halt hier um das ist auch ein bisschen blöd mit dem abschüssigen hier ne dass das so ein bisschen runter geht ja würde ich mich nicht andauernd verbauen dann wird das hier auch klappen bauen wir hier noch einmal da aus und dann haben wir nämlich schon kein holz mehr super wo sind die anderen spikes okay dann gehe ich nämlich noch mal im holz hacken soweit wir haben noch einige stunden ich werde dann von dem holz so einiges mitnehmen guck mal da hinten stehen ja auch noch ein paar bäumchen nehme ich mal direkt mit ich hoffe dass er jetzt nicht großartig irgendwelche leute ankommen und mir jetzt noch das leben zur hölle machen auf den letzten meter dahin ist ein huhn essen und trinken müsste ich dann gleich auch irgendwann mal was und mich einmal verbinden damit meine gesundheit mal wieder nach oben steigt so wie viele hölzchen haben wir jetzt mittlerweile 3000 da kriegen wir natürlich nicht allzu viel von da glaube ich mal eben kurz ein bisschen stein in den zementmischer in der zwischenzeit dann kann der noch mal eben laufen dann kann ich mir nachher noch ein paar pfeile machen schon wieder verletzt oder was alter verwalter okay mal ein bisschen stein hier rein brush sand 500 geht ja schnell durch so und dann noch mal eben kurz hier gucken wie weit der zement hier ist da können wir auch noch mal 118 noch mehr stone rein 46 minuten das wäre super ne kann hier das led rein für später der schon mal für später super stone habe ich hier noch und lamp of clay clay ist hier noch genug drin okay dann lassen wir den noch mal weiter laufen gucken einmal kurz nach dem sand machen uns dann noch ein bisschen zement fertig gut zementmix ach da war zu wenig stein war okay gut da war zu wenig stein das packe ich mal eben hier rein trinke mal kurz was und dann es sich mal eben bacon dann habe ich zwar jetzt nur noch eins also nicht so tragisch kann ja gleich mal auch mal ein bisschen dings machen fleisch achte mal eben ich muss noch eben hier hat weg packen der hut kommt weg das cash kann hier waren die zwei schemedics können hier waren das kann hier waren das kann hier mit rein die torches brauche ich nachher noch mal und das glas kann dann hier hin okay super dann wie sieht es aus hier bei dir der ist noch dran kann ich eigentlich noch ein bisschen das hat jetzt hier das huhn geschrien oder was war das jetzt das hat doch gerade ein huhn geschrien ne 13 und 39 haben wir tatsache hier ist das hühnchen reingelaufen ups ich wage es mal kurz und nehme das mit das war jetzt vielleicht nicht die beste idee mit dem fleisch herum zu rennen aber egal es ist ja momentan kein zombie da sondern mal eben gut gut holz mitnehmen 1802 iron habe ich noch in der tasche das ist sehr gut und gleich noch ein bisschen mit verbessern die innere reihe dann gucken wir mal wie wir die horde nacht hier heute überleben ich glaube ich mache kurz vor der heute nacht eben break so um 9 uhr und dann sehen wir uns nämlich frisch in der horde nacht wieder sozusagen aber wir haben jetzt noch sieben stunden das sollte ganz gut passen so dann schon mal wieder spikes 88 schon mal an den start hier ist ein dicker baum noch ich hoffe da mit dem klar reicht noch aus er kann da die innere reihe schon mal versetzen können oder noch mal setzen können dann muss ich auf jeden fall am nächsten tag noch mal hier eine ganze runde bäume setzen weil ich hacke jetzt natürlich einmal alles ab ne das ist eigentlich nicht so geil aber das muss jetzt her für die spikes bei allen dingen weil die super teuer sind die reihe aber die dreier reihe außen will ich auf jeden fall haben weil die brechen nämlich denen schön die beine so dann haben wir noch mal drei machen wir noch mal welche hinterher so dann gehe ich mal eben kurz gucken dass ich in der inneren reihe noch mal ein bisschen nachtüttel hier machen wir die noch mal kurz aufbessern die äußeren bitte nicht unbedingt dran stoßen ach so ich habe noch kein links dabei ne ich glaube da hinten muss ich noch so einiges ach scheiße jetzt steht der eine hier im weg ja du musst mal eben weg hier okay super hält meine dingstandard eigentlich noch aus meiner ja doch jetzt habe ich den auch noch hier im weg doch die hält hat noch da muss ich gleich mal gucken wie viel von dem zeug ich dann da verbraucht habe aktuell den hatte ich schon ne okay wie viel habe ich jetzt noch 106 alter ist es teuer das ist ja der wahnsinn das ist ja echt der wahnsinn ouch ja aber da reißt man sich schon ganz schön die knochen dran auf ne muss ich echt mal sagen wo sind jetzt meine spikes da reißt man sich echt ganz schön die knochen dran auf so dann kann nämlich hier warte mal von hier hierzu na du musst da noch rein jetzt haben wir noch zwei gut was kann ich noch an wood frames machen habe ich noch ein paar aber warte mal ich kann noch frame nene leder will ich mir machen da kann ich nämlich hier noch mal hingehen und hier noch einmal ein ding drüber bauen so hält der ich hoffe okay der sollte halten dann kann nämlich hier auch noch was dazwischen und da hinten auch perfekt habe ich hier jetzt eine 2 ne hatte ich hier schon 3 super hier hatte ich schon 3 aber hier hatte ich noch nicht fertig aber erst eine 2er reihe also ich sehe mich gleich noch mal holz sammeln siehst du jetzt ist nämlich ja auf die müssen wir noch eben warten obwohl ich kann mal eben kurz hier die leiter fertig machen und dann mache ich von denen die spikes die leiter kommt dann hier vorne dran genau die leiter kommt da vorne dran und dann kann ich hier warte da fehlt ja was kann ich hier kann ich das denn jetzt am besten mal bewerkstelligen hier kann ich hier noch einen rübersetzen ich hoffe das hält nehmen wir die 2 hier weg und dann haben wir hier nämlich einen schönen steg der ist vielleicht noch nicht hoch genug da passt so gerade eben genau der ist vielleicht noch nicht hoch genug ist ja hier schätze drin so 70 perfekt was haben wir denn dann noch stein brauchte ich noch concrete mix stein brauchte ich noch stone ist hier natürlich nicht allzu viel drin iron ist eigentlich schon ganz gut drin iron arrowhead bräuchte ich noch dann mach nochmal bitte 100 dann machst du nochmal 100 dann machst du nochmal 100 und dann machst du iron bitte ja so viel brauche ich jetzt nicht da ist der Hirsch okay danke der geht mir hier auch der verreckt mir hier auch direkt vor der Hütte super mega geil 17.33 ich brauche noch ein bisschen Zeug kein Holz mehr ist natürlich jetzt Schüssel was habe ich denn hier noch frei sind die Kartoffeln schon fertig ne aber der Golden Rod der Mais ist noch nicht fertig das ist noch nicht fertig okay ich brauche immer noch Holz dann gehen wir nochmal weiter auf Holz suche jetzt gehen wir nochmal ein bisschen Holz jagen die sind hier alle noch relativ jung der ist gut dann können wir gleich dann noch die andere Reihe drum setzen 17.52 wir haben noch 4 Stunden dann muss ich noch ein paar Pfeile craften eigentlich bräuchte ich noch eine runde Stein aber ich bin zuversichtlich dass wir das mit unserem Horde 3 und immer noch kein Crossbow ne das ist echt traurig ey ich muss nach der Nacht unbedingt nochmal zum Trader und die zwei Sachen für die Nelgan die zwei Nelgan Rezepte da mitnehmen die ich noch hab so jetzt habe ich nochmal 4000 Holz 18.13 dann kann ich die Torches nochmal eben setzen ich guck mal kurz wie weit ich denn bin ob ich da jetzt komplett rumkomme wenn ich da nicht komplett rumkomme dann habe ich echt ein Problem wohl hier war ich rum hier fehlt noch eine Reihe oh da fehlt nicht nur eine Reihe da fehlt noch ein bisschen mehr da fehlt noch anderthalb rein oh jojojojojui na 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 einen verschwendet man 3 4 5 6 7 8 9 10 es ist so krass wie viel wie viel das 1 2 3 10 10 bitte wie lange die auch brauchen das ist voll ätzend da hinten über den Parcours komme ich rum hoffe ich dass das gut geht kurz vor 7 ich muss noch gleich eben die Pfeile rausholen passt genau perfekt passt genau jetzt hole ich hier noch eben schnell die Pfeile raus setze hier nochmal eben ein paar Fackeln hin damit wir hier auch genug Licht haben aber ich glaube so viele Fackeln habe ich gar nicht mehr ne müssen wir erstmal zu Fackelmann gehen ähm Animal Fett muss ich mir noch eben einmal Dings holen jo den noch eben einmal reparieren ist noch nicht fertig ja hier sind auch noch zwei hier sind noch ein paar Fackeln okay super äh das Birds Nest muss hier weichen einmal bitte dann hatte ich aber noch 8 Spikes ne guck mal hier kann noch einer hin hier war die Dreierreihe voll und der 200% hä wie 200% das verstehe ich jetzt nicht so ganz was hatte ich hier nicht noch irgendwo Zeug für die Torches hatte ich nicht noch Zeug fertig gemacht ja hier ist doch noch Tello ah hier sind ja auch noch welche okay dann brauche ich das Tello ja gar nicht kann das hier rein der Crushed Sand kann so lange hier rein die Torches brauche ich nochmal eben ouch dann setze ich hier noch eine hin hier hier für mich Jungs und Mädels auch alle sehen sonst wird dann nämlich Ruki Zuki ziemlich dunkel in den Puff und das ist ja nicht so super ne ich bin mir ja nicht so sicher ob die da hinten nicht vielleicht doch hochkommen ey müsste eigentlich noch eine zweite Reihe hinsetzen ich glaube die könnten da hoch habe ich denn jetzt schon alles drumrum gesetzt nein habe ich nicht nur die eine Reihe ich hoffe die kommen dann auch an der Reihe wo ich die Sachen gesetzt habe so jetzt mal eben kurz hier die Pfeile abholen ich würde es gerne durchlaufen lassen aber ich habe die Befürchtung das dauert viel zu lange Anvil required Anvil ist auch drin Ok dann mache ich nochmal ein paar Arrows Iron Arrow Feathers habe ich habe ich alles machen wir nochmal 159 ja Leute ne das wird ein schwieriges Unterfangen ey ich bin echt mal gespannt den Iron knallen wir hier jetzt einmal rein den lasse ich noch laufen soll er laufen man ey soll er laufen und soll Cementer sich hier einen abknubbeln von mir aus es ist 20.25 wir sollten hochgehen habe ich noch ein paar Torches nein die habe ich jetzt natürlich alle einmal man sollte nicht herunterfallen gut dass ich da so eine Rampe gebaut habe gut dass ich da für die Dummies so eine kleine Rampe gebaut habe hier unten ist natürlich auch noch vieles ja nicht so cool das heißt ich bräuchte eigentlich nochmal eben ein bisschen Cement Mix ich müsste dann mal eben kurz hier unten hin um zu schauen können wir hier noch irgendwie was mit Cement einmal durchziehen so wie zum Beispiel hier wie weit bin ich denn da hinten gekommen da habe ich jetzt nichts mehr den können wir noch einmal aufmöbeln ja okay dann gehe ich nochmal eben einmal kurz hier vorne hin oh wow damit die hier nicht einfach so mal eben reinkommen mache ich hier nochmal eben die Reihe fertig wahrscheinlich reicht das vorne und hinten wieder nicht aber ja okay das reicht vorne und hinten nicht aber hier die haben wir zumindest aber ich gehe hier nochmal eben kurz ab ich glaube die habe ich hier aber zumindest nochmal ein bisschen gefixt gehen wir hier nochmal einmal kurz durch 21.10 Uhr ich muss rein meine lieben Freunde ich muss rein wir werden hier eine kurze Pause machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder 33 Minuten die wird jetzt etwas kürzer aber dafür wird es dann nachher spannend meine Freunde es wird spannend die Hordenacht mit nur einem popeligen Bogen zu machen ich bin gespannt ich mache mal eben kurz die Türe zu und wir sehen uns dann gleich wieder bis gleich ciao bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.